Die SPD-Versitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil wollen an der Spitze der Partei bleiben. Wie aus Parteikreisen verlautete, kündigten beide im SPD-Präsidium in Berlin an, dass sie auf dem Bundesparteitag im Dezember wieder für die Doppelspitze kandidieren wollen. Im Anschluss sollte auch im Parteivorstand darüber beraten werden. Die 62-jährige Esken ist seit 2019 SPD-Vorsitzende. Der 45-jährige Klingbeil seit 2021. Der SPD-Bundesparteitag findet vom 8. bis 10. Dezember in Berlin statt.